Toca Toast Like and Subscribe Thank you Please check out our shop For the official Toca Toast merch So, oh, die Tasche ist ganz schön schwer Guten Morgen, Emily, guten Morgen, Emma Habt ihr lange auf mich warten müssen? Ah, guten Morgen, Luisa Naja, wir sind sehr gewohnt, dass du zu spät kommst Hey, eigentlich bin ich noch gar nicht zu spät Ich bin gar nicht zu spät Und ich freue mich schon so auf den Unterricht Ich habe meiner Mama von der Matheklausur erzählt Und sie war richtig stolz auf mich Also wenn ich eine Einzerschülerin wäre, wäre meine Mama auch stolz auf mich Das ist jetzt nicht so besonders, Luisa Aber ich muss nicht lernen, denn ich werde ein Ballettprofi Ja, wir werden alle Ballettprofis Wäre es nicht toll, wenn wir alle in dieselbe Aufführung kommen? Das wäre so cool mit euch, mit meinen besten Freundinnen Ja, wir sind wirklich beste Freunde Oh, ich merke gerade, wir kommen zu spät Schnell in die Klasse, es ist schon fast Punkt, es läutet gleich Kommt schon, Mädels, gehen wir Wie kann eine Streberin nur so beliebt sein? Ich verstehe nicht, warum es ihr wichtig ist, gute Noten zu schreiben Sie ist die beste Ballerina Oh, Emily, schau mal, wer da ist Jenna Na, der werde ich was flüstern Jenna, verschwinde Ja, hässliche Jenna, verschwinde Das ist unser Platz Was, das ist euer Platz? Oh, das tut mir leid Mich interessiert das nicht, ob es dir leid tut oder nicht Verschwinde einfach Oh, okay Es stinkt sogar nach ihr Ich hoffe, sie merkt sich, dass das unser Platz ist Und sie hier nicht zu suchen hat Was ist denn passiert? Warum ist Jenna weggelaufen? Habe ich mir das eingebildet oder hat sie geweint? Oh, na nein, sie hat nicht geweint Ich meine, sie hat schon geweint Wir haben ihr nämlich einen Brüllerwitz erzählt Und dann hat sie vor Lachen angefangen zu weinen Ja, ja, genau Also, du musst dir keinen Kopf machen Jenna ist ja unsere Freundin Ah, okay Na gut, wenn ihr das sagt, dann muss ich euch glauben Luisa, was machst du für ein Gesicht? Wir sind doch beste Freunde Wir würden dich nie belügen Wir sind Freunde seit der Kindheit Stimmt, wir kennen uns wirklich lang Und ihr seid wirklich liebe Freundinnen zu mir Also, okay, okay, ich glaube euch Und ein anderes Thema Wisst ihr was? Ich freue mich schon so Heute ist ja das Vortanzen für die Hauptrolle Für die Schulaufführung Bitte erinnere mich nicht daran Ich habe schon Bauchschmerzen Ich bin schon den ganzen Tag nervös deswegen Wieso bist du nervös? Du bist doch die Beste von uns allen Du wirst sicher genommen Das würde uns natürlich voll freuen Komm Emma, gehen wir Mann, ich sollte schnell meine Schulsachen nehmen Sonst komme ich wirklich zu spät noch in die Klasse So, schnell zum Rucksack Und was brauche ich? Mein Notizblock und Dietz Federpenal Sehr gut Ich freue mich schon so auf den Unterricht Der wird sicher toll Luisa, ihr solltet euch was schämen Wegen euch ist Gemma traurig Was? Warum? Warum, Jenna? Warum bist du traurig? Was haben wir gemacht? Ach, frag nicht so scheinherrlich Das weißt du genau Der rothaarige Teufel Emily und diese Crazy Eye Emma Die mobben sie ja schon die ganze Zeit? Die mobben sie ja schon die ganze Zeit Schon seitdem sie klein ist Was? Nein, das kann nicht sein Emma und Emily haben mir gesagt, dass das nur ein Spaß ist, was sie gemacht haben Die haben das sicher nicht mit Absicht gemacht Nein, vergiss es, es ist alles gut Luisa, du bist wirklich immer nett zu mir Ich gehe jetzt in die Klasse Ach, ihr seid doch alle gleich Nur weil ihr die Ballerina-Königin der der Schule seid Und einfach die beliebtesten der ganzen Schule Glaubt ihr, ihr könnt euch alles erlauben Aber so ist das Leben nicht Dean, du musst wissen, ich mag Jenna Ach, ich weiß genau, was du machst Du versuchst dich nur auszureden Ich kann dich nicht mehr sehen Könnte es wirklich sein, dass Emily und Emma Jenna gemobbt haben? Nein, das kann ich nicht glauben Ach, das ist sicher alles nur ein Missverständnis Ich werde später mit Jenna reden Genau Ach, hier stinkt es Jenna, hast du wieder nicht geduscht? Geh weg von meinem Platz, wieso sitzt du neben mir? Aber das war der einzige freie Platz Denn ihr habt gesagt, dort sitzt Luisa und da darf ich nicht sitzen Wo soll ich sonst sitzen? Ach, Jenna, du bist so ein Jammerlappen, das ist uns doch egal Setz dich auf den Boden hin, dort wo du hingehörst, da sitze ich jetzt Aber, 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 das ist so gemein Na gut, dann bleibe ich hier halt am Boden sitzen Was geht denn da ab? Hey Jenna, magst du nicht neben mir sitzen? Da ist ja noch ein Platz frei Komm schon Was, neben dir, Luisa? Bist du sicher? Ja klar, was ist das für eine Frage? Ich will aber nicht neben Emily Oh, wenn du willst, kann ich da sitzen Schau, setzt du dich einfach auf meinen Platz So nett war noch nie jemand zu mir Danke, Luisa, du bist echt die Beste, vielen, vielen Dank Ich mag dich auch, Jenna Du bist immer, du bist einfach der netteste Mensch in unserer Klasse Warte, wieso will Luisa, dass Jenna neben uns sitzt? Das ist doch, sie ist ja ein Loser Wenn sie so weitermacht, verlieren wir alle noch unseren Coolheitsstatus wegen ihr Hey Luisa, ich glaube, Jenna mag es am Boden zu sitzen Das ist nicht so nett von dir, dass du ihr einen Sitzplatz anbietest Wie kommst du denn darauf? Sie hat Danke gesagt und hat gelacht und gefreut Das bedeutet, sie mag da sitzen Und ich wollte dich so oder so etwas fragen Dean hat gesagt, dass du und Emma die arme Jenna mobbt Was? Nein, das ist doch alles nur Spaß, ganz ehrlich Dean, der hat doch keine Ahnung Na, ich hoffe, du hast recht, denn mit Mobber, damit mit solchen Menschen kann ich nicht befreundet sein Mein blöde Jenna macht einfach meine Freundschaft mit Luisa kaputt Ich muss mit Luisa befreundet sein, sonst bin ich nicht mehr beliebt Oh, schau mal, wir haben eine neue Lehrerin Da lebt ihr zusammen, liebe Küchenkästle-Kinder Also, kommt ein bisschen nach vorne und ich stelle mir euch mal ein bisschen vor, he? Hä? Was hat sie gesagt? Ich kann sie nicht verstehen Was ist das denn für eine Sprache? Ist das Türkisch? Also, ich bin Frau Tizian und gerade aktuell auch ihre Aushilfelehrerin ein bisschen, he? Ich komme aus der schönen Schweiz, wo wir uns ein Füllen mit Geld putzen Also, Kinder, klingt einfach nicht so viel rauchen, wie ich habe, sonst habt ihr dann auch so eine höhere tiefe Stimme Was hat sie gesagt? Huchig Haschli? Was soll das bedeuten? Nein, ernsthaft nicht, jetzt nehmt endlich eure Bücher für und dann fangen wir mal mit dem höhere Scheissunterricht an, oder? Ich verstehe, was hat sie gesagt? Hör, verdickel, warum macht ihr das Saugrufe nicht, was ich euch sage? Was sollen wir machen? Unsere Bücher auf den Kopf werfen? Ja, das sehe ich nochmal, ich schwöre euch, wenn ihr jetzt nicht endlich macht, was ich sage, dann gibt es anständig mal einen Gründ und eine richtig schlechte Note im Zügnis Habt ihr irgendwas verstanden, was diese Lehrerin gesagt hat? Grüezi, liebe Kinder, was kann ich euch zum Essen anbieten? Oh, ich hätte gerne ein Kebabse mit Pommes und eine Orangenschale, bitte Wir haben leider nur Dörrum hier, aber hier, bitteschön, ein Dörrum und dann noch ein paar Pommes Freitens und ein Apfelsaft, wie du es wolltest Das ist sehr freundlich von Ihnen, vielen lieben Dank, das schaut ja köstlich aus Oh, Luisa, darf ich bitte dein Tablett halten? Oh, danke, Julie, aber das schaffe ich schon alleine, danke Oh mein Gott, sie kennt meinen Namen, habt ihr das gehört, Mädels? Sie ist so talentiert und so schön, ich möchte auch mal so werden wie sie Sie wird sicher mal ein berühmter Star Hast du gesehen, sie hat mich angeschaut Hey, Emily, du bist dran, warum bestellst du nicht dein Essen? Komm, sonst wird unser Essen noch kalt Ich kann sie nur Burger essen Ich hätte gerne ein Brokkoli, bitte Nur ein Brokkoli, sonst gar nichts? Hier, bitteschön, sonst noch was? Oh, ich bin ja auch auf Diät Für mich bitte auch noch ein Brokkoli Das ist aber keine sehr ausgewogene Ernährung, nur Brokkoli Natürlich essen wir nicht nur Brokkoli Ich hätte gerne noch ein Red Bull dazu, bitte Das ist nicht besonders gesund Niemand hat nach deiner Meinung gefragt, Oma Na dann, guten Appetit, euch zwei Hübschen Hey, Emma, das Tablett ist viel zu schwer für mich Kannst du das für mich bitte tragen? Natürlich, gib her Oh, danke, Emma, du bist ein Schatz Hier, halt auf meine Dose Oh, ihr habt ja euer Essen schon, sehr gut Gehen wir auf unseren Platz Ja, das ist der coolste Tisch Den halten sie immer frei für uns Danke, Luisa Ja, denn ohne Luisa hätten wir diesen Platz garantiert nicht Los, gehen wir Na da, schau her Wir haben wieder den besten Platz der Schule Na dann, guten Appetit, Mädels Haut rein Ja, guten Appetit Ich kann es kaum erwarten Der Burger, der ist so lecker Das ist so unfair Du isst den ganzen Tag nur Burger und Pommes Und ich trinke nur Red Bull Und es ist aber ein ekelhaftes Grünkohl Wie kannst du nur so schlank bleiben? Keine Ahnung Ich mache ja viel Sport Ich tanze ja Ballett, nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause Ja, das ist so unfair Du hast wahrscheinlich einfach nur gute Gene Ja, das ist so schön für dich Oh, ich wollte ja noch schnell in die Bücherei was nachschauen Ich werde schnell mein Essen essen Und dann gehe ich in die Bücherei Und wir sehen uns dann in der nächsten Stunde, okay? Oh, ist das lecker Oh, Pommes Ah, meine Apfelschale ist so gut Also, Mädels Ich muss dann mal los Wie kann man nur eine Streberin sein Und beliebt so wie du? Tschüss, Mädels Bis später Ich kann es nicht glauben Dass sie wirklich die beliebteste der Schule ist Ich wünsche dir guten Appetit, meine süße Kleine Vielen Dank Oh Mann, ich hoffe, hier ist noch irgendwo ein Platz frei Oh nein, alles belegt Ah, da ist einer frei Da setze ich mich hin Ew, Jenna Bitte kannst du dich wegsetzen Du bist zu hässlich Du darfst nicht neben uns sitzen Aber Luisa hat gesagt, wir sind Freunde Du glaubst doch wohl nicht, dass Luisa wirklich mit dir befreundet sein will Sie hat nur Mitleid mit dir Und wir nicht Also verschwinde Was? Aber sie war doch immer so nett zu mir Stimmt das wirklich? Hasst mich Luisa wirklich? Aber sie war doch so nett Ist das vielleicht nur ein krankes Spiel? Endlich ist der Unterricht zu Ende Ich habe gar nichts verstanden, was diese Lehrerin versucht hat zu uns errichten Ich meine, auch wenn sie nicht, was weiß ich, was das für eine Sprache war Türkisch oder Schweizerdeutsch gesprochen hätte Ich hätte so oder so nichts verstanden Hey, wir sollten uns langsam auf den Weg machen Ihr wisst schon, zum Ballettunterricht Emma, du hast vollkommen recht Und, oh, Jenna, magst du vielleicht mitkommen zum Ballettunterricht? Dann musst du nicht alleine gehen Darf ich wirklich? Ähm, Luisa, ich glaube, Jenna mag sicher nicht Also, doch, doch, doch Komm, Jenna, komm einfach mit Das wird sicher lustig Luisa, du sollst Jenna doch nicht zwingen, wenn sie nicht will Oh, natürlich will ich Das ist dann so, als ob wir alle Freunde wären Ach, hör auf, wir sind doch Freunde Komm, gehen wir in die Umkleide und ziehen uns um Ach, diese blöde Jenna Was, was versucht sie sich einfach wie eine Parasit an unsere Clique zu klemmen? Wegen ihr werden wir noch unseren Coolhead-Status verlieren Ach, und Luisa Ja, Luisa hat halt Mitleid mit ihr Aber wir müssen was dagegen tun Ich habe auch schon einen Plan, was wir machen werden Dass Jenna nie wieder mehr mit uns abhängen will Komm, gehen wir Ach, ist es nicht schön, dass Emily und Emma auf einmal so nett zu Jenna sind? Ich bin mir sicher, dass das alles nur ein großes Missverständnis war Die wollten sicher nicht gemein zu ihr sein Ich glaube, das ist deren komische Art Spaß zu machen, oder? Schreibt mir in die Kommentare Ob ihr vielleicht auch mit Emily und Emma befreundet sein wollen würdet Also, ich hoffe, euch hat diese Episode gut gefallen Falls sie euch gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst Und jetzt, wie immer, bedanke ich mich bei all unseren Kanalmitglieder und Superfans Vielen Dank an Konstantin, Kaitlin, Kotek, Rodika und Kati Vielen, vielen Dank, dass ihr alle Kanalmitglieder seid und unseren Kanal damit supportet Vielen lieben Dank, ihr seid einfach die Besten Und dann noch ein Dankeschön an jeden, der uns liebe Kommentare schreibt Wie zum Beispiel Danke dir, Sarah, dass du immer unsere Videos bis zum Schluss schaust Oana, vielen Dank, dass du all unsere Videos likest und sogar die Shorts Und Monika, vielen Dank, dass du ein Toasty bist und sogar unseren Kanal abonniert hast Dankeschön Und wenn ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt Dann werdet einfach Kanalmitglied oder schreibt einen netten Kommentar Und mit etwas Glück kommt ihr ins nächste Video Also, ich hoffe, euch hat diese Episode gut gefallen und ihr freut euch schon auf den nächsten Teil Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss